Hallo meine Lieben und ganz herzlich Willkommen bei Deutsch mit Martin. Heute haben wir die Endungen von neutralen Wörtern, von neutralen Nomen. Das sind also die Nomen mit dem Artikel DAS. Hier kommen die Endungen. Das Häuschen, das Blümchen, das Tässchen, das Kindchen und das Mädchen. Mädchen ist eigentlich eine Frau, eine kleine Frau, aber auf Deutsch sagt man DAS, Mädchen, wegen der Endung CHEN. MENT, Dokument, Instrument, Kompliment. Ihr macht das wirklich ganz toll. DAS Dokument, DAS Instrument, DAS Kompliment. UM, Datum, Album, Museum, Maximum. DAS Datum, DAS Museum, DAS Album, DAS Maximum. Ich hoffe, ihr habt jetzt wieder ganz viel gelernt. Ich wünsche euch weiter viel Motivation, viel Freude beim Lernen. Wenn ihr wollt, schaut doch auch mal auf die Seiten Deutsch mit Martin Org. Schaut vorbei bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok und bei YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!